Eine Organelle ist eine spezifische Struktur innerhalb einer Zelle. Und es gibt viele verschiedene Arten von Organellen. Organellen werden auch Wesikel innerhalb einer Zelle genannt. Und sie haben wirklich eine wichtige Funktion. Denn wir müssen alle Funktionen innerhalb der Zelle unterteilen. Es muss also eine Membran um die Mechanismen zur Herstellung eines anderen Produkts innerhalb einer Zelle geben. Organellen sind also wirklich alle Membran gebunden. Und sie trennen eine Funktion von einer anderen Funktion. So hat zum Beispiel das Mitochondrium die Funktion, Energie zu produzieren. Und das Lysosom hat die Funktion, kleine Moleküle aus großen Molekülen zu produzieren, diese Dinge abzubauen. Sie müssen unterteilt werden, weil das Mitochondrium alle seine Wege, alle seine Proteine und Enzyme darin enthält, um eine Chemikalie in eine andere umzuwandeln. Und das Lysosom einen sauren pH-Wert benötigt. Und wenn sich diese Dinge mischen würden, würde überhaupt keine der Funktionen erzeugt werden. Das ist also wirklich das Herz und die Seele einer Organelle kompatimentiert zu sein und eine hohe Konzentration von Proteinen oder Säuren oder was auch immer zu ermöglichen, um diese Umgebung zu schaffen, damit eine bestimmte Funktion ausgeführt werden kann.